und mit großer liebeserklärung so wir machen noch ein bisschen musik es geht ins bett mit tim kamrath der ist gerade und wie sie enden können und er hat sich überlegt das erzähle ich alles aus dem bett und es war ein sehr lustiger videodreh mit vielen menschen dort wo man ja sonst eher zu zweit ist und jetzt treffen wir ihn hier kommt